hier hei 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 ach du lieber schuldig die denken wirklich so können kacken ja das haben sie auch gehört ja das wollte ich auch noch machen und ab zur russen station nach unten c4 brauchen wir nicht wir kriegen das so kaputt und nachladen das ist nicht im arsch machen wir erstmal den weg ja das war also die internet base oh oh okay das ist unser heli wir hoffen mal schnell rein und dann sagen wir adios und weg hier was ja 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 Wir sollten das Ding erledigen, Marlo. Wir fliegen zu hoch. Wir bleiben unter den schönen Zendern des Zahnischen Himmels. Wir schütteln uns die patriotische Luft. Wartet sich hier ab. Ach so, also wir dürfen nicht zu hoch fliegen, weil wir sonst, äh, abgeschossen wären. Und scheißen Panzer. Geht schon wieder. Okay, der hat seine Reichweite erreicht. Und er sollte kein Problem mehr machen. Kein Problem, keine Probleme mehr machen. Oh mein Gott, ey. Was ist das denn? Fliegendes Dreieck. Da hinten macht's Buh, Buh, Feuer, Jey. So, mach alles kaputt. Schätze, das war der Letzte. Zunder ist etwas sehr Leckeres. Einmal wenden. Der steht da auch. Einfach so, als ob nichts wär. Nein, Raketenwerfer sind schlecht. Ja, mach kaputt. Ah, ich bin auch zu dumm zum Kacken. Und den hier noch. Ah, noch zwei übrig. Wenden. Oh mein Gott, der Kran ist aber wirklich brutal. Da kommen ein paar Boote. Ja. Der Daristan ist große Seefahrer-Nation. Dafür, dass unsere einzige Gewässer ist. Ja, und lautet nicht mehr lange. Okay. Sehen wir zu, dass wir alles... ...sauber kriegen. Ja. Einmal das Leben nachladen. Ganz ehrlich, wir fliegen lieber wieder los. Hoch. Genau das liebe ich, so ein Army. So, ein Boot ist weg. Das nächste. Oh mein Gott, die ziehen aber ordentlich. Okay, wir fahren mal ein paar Mal weiter. Äh, fliegen wir einfach mal weiter. Es macht ja auch so viel Spaß, hier durch die Gegend zu eiern. Ja, die Gegend ist ja auch ganz nett, aber... Aber ich glaube, wir fliegen in die falsche Richtung. Naja, egal. Ah ne, wir haben noch hier ein Fahrzeug. Komm, mach kaputt. So, jetzt können wir wenden. Und weiter fliegen. Und weiter fliegen. Irgendwann fiept hier übertrieben. Naja, egal, wir fliegen weiter. Und ich guck einmal, was am Telefon los ist. Ah, wir fliegen einfach weiter. Da beißt die Maus kein Fahren ab. Den Spruch habe ich auch schon viel zu oft gebracht. Das waren wirklich... Das waren wirklich... Wir müssen schneller werden. Da sollen wir tanken? Sieht nicht gerade freundlich aus. Muss es auch nicht. Lande davor. Wir holen den Treibstoff. Okay, da vorne ist eine Einparkmöglichkeit. Die werden wir auch ausnutzen. Ja, den Jürgen Mürgen muss ich auch mal. Na, jetzt kommen die sofort. Okay, der macht es schon. Okay, okay.